Hallo, ich bin Nico. Ich arbeite hier am Theater in der Kostümabteilung und heute möchte ich gerne das kleine Ich-Bin-Ich mit euch basteln. Dafür habe ich mir zwei Geschirrtücher mitgebracht. Die kann man dafür verwenden oder so Halstücher, auch ein altes Hemd oder Bettwäsche, eine Jeans, wenn sie nicht zu dick ist, aber nichts, was man noch braucht, zerschneiden. Genau, ich habe Geschirrtücher und damit fangen wir jetzt an. Jetzt fangen wir mit dem Kopf an. Dafür brauchen wir ein Quadrat, das muss 15 mal 15 Zentimeter groß sein. Und eine Nadel und Faden. Von diesem Quadrat nähen wir jetzt die Ecken zusammen. Das heißt, wir stechen ein in eine Ecke, machen einen Rückstich, dass es auch hält und nehmen die gegenüberliegende Ecke, nähen die fest und die dritte Ecke. Da reicht immer nur so ein Stich, damit es hält und die vierte Ecke. Auch ein Stich. Dann lasst ihr die Nadel da drin stecken, weil die braucht ihr noch. Und jetzt stopfen wir das aus. Dafür habe ich hier so Polyesterbastelwatte mitgebracht. Man kann auch Schaumstoff nehmen oder Kosmetikwatte, die Füllung von einem alten Kissen oder ganz zur Not kann man auch ein altes T-Shirt zerschneiden. Damit füllen wir jetzt den Kopf. Das darf schon voll sein, aber nicht zu voll, weil ihr müsst es noch zunähen und braucht nachher noch ein bisschen Beweglichkeit für die Nase. So würde ich sagen, das wird ein ganz guter Kopf. Wenn ihr dann das Füllmaterial drin habt, nehmt ihr wieder die Nadel und näht jetzt die Mitten jeweils in der Mitte fest. Und fasst so ein bisschen die offenen Kanten, damit das schön rund wird. Das macht ihr mit allen vier Mitten und das habe ich schon mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Da habt ihr ein schönes Köpfchen für das kleine Ich bin ich. Als nächstes kommt der Körper. Dafür nehmt ihr ein Quadrat, das muss 20 mal 20 Zentimeter sein, also ein bisschen größer als der Kopf. und wieder eine Nadel und einen Faden. Diesmal näht ihr die Mittelpunkte der Seiten sozusagen zusammen. Das heißt, stecht wieder ein, einen kleinen Rückstich und näht die andere. Mitte die dritte Seite und die vierte. Genau, da reicht auch immer so ein kleiner Stich und dann könnt ihr wieder die Nadel stecken lassen, weil die braucht ihr noch. Dann habt ihr hier die vier Ecken hochstehen, wie bei so einem Windrädchen und das wird jetzt wieder ausgestopft. Das kann jetzt ruhig ein bisschen strammer sein. Das ist der Körper von dem kleinen Ich bin ich und das soll ja nachher auch stehen. Und da müsst ihr beim Stopfen darauf achten, dass ihr das Füllmaterial so ein bisschen in diesen Windmühlenflügelartigen Ecken hochzieht, weil das werden nachher die Beine und die müssen auch ein bisschen gefüllt sein. Also hier so ein bisschen hochziehen. und stopft ihr alles schön aus. Und wenn ihr dann zufrieden damit seid, nehmt ihr wieder die Nadel und klappt jetzt die Ecken in die Mitte und dabei entstehen die Beine. Dann näht ihr die Ecke fest und schiebt die offenen Kanten so ein bisschen nach innen und fixiert das durch einen kleinen Stich. Dann geht ihr zur nächsten Ecke und so macht ihr das dann auch wie beim Kopf mit allen vier Ecken. Und auch das habe ich schon mal vorbereitet. So sieht das dann aus. Dann vernäht ihr den Faden noch. Das macht ihr beim Kopf auch. Vernähen heißt, man macht so zwei, drei Stiche auf der Stelle und dann kann man ihn abschneiden. jetzt werden die Beine mit Wollresten abgebunden. Das heißt, ihr nehmt immer so ein Stück Wolle und wickelt das zweimal, damit ihr es schön stramm ziehen könnt, um jedes Bein. dann macht ihr noch mal einen Knoten drauf und schneidet es ab. Auch das macht ihr mit allen vier Beinen. Jetzt seht ihr auch, warum ihr vorhin das Füllmaterial so ein bisschen in die Ecken hochgezogen habt, damit das auch, damit das kleine Ich bin Ich nachher auch kräftige Beine hat. Manchmal muss man das noch mal so ein bisschen nachzuppeln. Das kann man aber auch machen, wenn man es schon verknotet hat. So. Einen Doppelknoten und abschneiden. Und dann machen wir das mit dem vierten Bein auch noch. Und dann ist der Körper vom kleinen Ich bin Ich schon fertig. Das Bein ist jetzt ein bisschen dünn geworden. Da ziehe ich noch mal ein bisschen Material rein. Und dann gucke ich mir das an und überlege mir, wo vorne und hinten sein könnte. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass hier vorne ist und da hinten. Und dann nehme ich wieder meinen Kopf und jetzt noch mal Nadel und Faden und nähe den Kopf am Körper fest in einer Position. Man sagt, ja, das ist eine gute Position für den Kopf. Dafür befestigt ihr den Faden am Kopf auch mit so einem kleinen Rückstich und dann näht ihr immer einmal in den Körper, einmal in den Kopf, einmal in den Körper, so einmal in der Runde rum, immer einmal oben, einmal unten. Zwischendurch schön stramm ziehen, damit der Kopf auch hält. Und wenn ihr rum seid, dann guckt ihr mal, ob das stabil genug ist. Wenn nicht, dann dreht ihr noch mal eine Runde, aber der hält jetzt schon ganz gut. Dann vernähe ich meinen Faden. Das heißt, ich nähe zwei, dreimal auf der Stelle zurück und schneide ihn ab. So. Jetzt braucht das kleine Ich bin ich noch eine Nase. Dafür nehmt ihr auch wieder hier von den Wollresten und zieht euch aus dem Kopf so ein Knubbel raus, den ihr dann abbindet, so wie bei den Beinen auch. Zweimal rumwickeln, stramm ziehen und einen Knoten und einen Knoten draufsetzen. Knoten, damit es auch hält und abschneiden. jetzt hat das kleine Ich bin ich eine Nase. Die könnt ihr auch noch ein bisschen zurecht zupfen, wenn ihr wollt, aber das ist sozusagen der individuelle Ausdruck eures kleinen Ich bin Ichs. Wenn die ein bisschen schief ist oder ein bisschen groß oder ein bisschen klein, dann macht das eigentlich gar nichts. Als nächstes kommen die Ohren. Dafür braucht ihr einen Stoff oder einen Filzstreifen. Ich habe jetzt hier mal einen Filz genommen. Man kann auch einen anderen Stoff nehmen oder den gleichen. Auf jeden Fall muss es ein Streifen sein, der 24 Zentimeter lang und 3 Zentimeter breit ist. Und dann könnt ihr gleich dazu euch überlegen, was für Haare das kleine Ich bin Ich haben möchte. Dafür nehmt ihr auch wieder diese von euren Wollresten, entweder die gleichen, die ihr zum Abbinden genommen habt oder etwas anderes. Ich nehme mal hier davon. und legt euch eine Schleife wickelt so 10 bis 12 Zentimeter dreimal um eure Finger schneidet es ab und macht einen Knoten den braucht man damit man es gleich besser annähen kann und schneidet die Schlingen auf das ist die Frisur vom kleinen Ich bin Ich jetzt braucht ihr nochmal einen Nadel ihr könnt auch kleben aber nähen hält immer besser jetzt legt ihr die Ohren die Ohren einmal längs auf die Hälfte und macht dann quer so eine kleine Falte rein die fixiert ihr auch wieder mit einem Stich und näht sie an und auf die Stelle wo ihr die Ohren annäht kommt dann direkt die Frisur dafür stecht ihr in den Knoten ein und näht die Haare auf dem Scheitel fest sozusagen auch hier macht ihr einen kleinen Rückstich um den Faden zu vernähen dann könnt ihr es abschneiden und direkt verwenden um den Schwanz anzunähen für den Schwanz könnt ihr auch Wollreste nehmen und einen Knoten machen oder einen geflochtenen Schwanz ihr könnt auch ein Stück Filz zurecht basteln vielleicht nicht so eine gute Idee genau und dann näht ihr den Schwanz dahin wo der Schwanz sein soll da reichen auch ein paar kleine Stiche auch den kann man kleben aber nähen hält besser und das nähen habt ihr ja jetzt schon geübt noch mal einen Rückstich zum vernähen jetzt hat das kleine ich bin ich ohren eine schöne frisur einen schwanz aber jetzt braucht es noch augen für die augen könnt ihr hier entweder so professionelle augen aus dem bastelgeschäft nehmen aber das braucht ihr gar nicht ein paar knöpfe sind auch hübsch oder oder bastelfilz da habe ich mal was vorbereitet und das könnt ihr dann einfach aufkleben die knöpfe könnt ihr auch aufkleben aber ihr könnt sie auch annähen und wenn ihr schon erfahren seid im nähen dann könnt ihr auch mit einem knopfloch stich zum beispiel dem kleinen ich bin ich noch wimpern stecken und ich würde ihm jetzt einfach noch pupillen malen damit es auch was sehen kann das wäre jetzt das kleine ich bin ich viel viel spaß das ich habe auch das ich habe habe